Hier ist das Erste Borische Fernsehen mit der Bierzeitschau. Ist schon soweit, ehrlich? Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge der Bierzeitschau. Die ersten Informationen erreichen unser Studium. Sogar der Ort des Bierzeits ist schon bekannt. Und genau dies schauen wir uns jetzt einmal an. Wie uns gerade eben mitgeteilt wurde, ist der auserkorene Ort für das Musifest 2022. Die Wiesn neben dem Feuerwehrhaus in Kleinweil. Da findet vom 12. bis 16. Mai 2022 das Musifest statt. Wahnsinn! Diese Kameraführung unglaublich! Und nun zum Programm vom 12.5.2022. Das Fest beginnt mit dem Tag der Nachbarschaft. Starten tut das Ganze mit dem Sternmarsch, mit den umliegenden Kapellen und Trommlerzügen. Spadler spielen für uns dann noch die Spitzenkapellen, Groß- und Kleinweil sowie Sommelsdorf. Da bin ich gespannt. Schaltet euch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, das wäre keine Party aus Versehen. Aber mit Ansage. Bleibt gesund und ihr wisst ja, da spielt Musik. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Du bist! Es ist wieder. Du bist! Dich. Es wird, oder? Du bist! Du bist!